Wie hält man das aus? Sabas Manuela, 10 Jahre, du bist schon 10 Jahre da. Wie hält man das aus? Wie hältst du das aus, 10 Jahre zu machen, tagtäglich Stress ohne Ende? Aber es ist bemerkenswert und unglaublich, wie du das hergebracht hast, mit einer Souveränität, dass du das einfach durchziehst und dann am Eröffnungsabend nach gemütlich die Säcke trinkst, sprichst und alles hinter dir wirst. Höchst bemerkenswert. Und ich möchte dir wirklich nur von Herzen alles, alles Gute zu dem 10-jährigen Jubiläum sagen. Die Alpinale wächst, was ich mit ansachen darf und miterleben darf. Sie wächst von Jahr zu Jahr und ich hoffe, es wird noch mehr, noch größer, noch besser, noch schöner, noch lustiger und ich hoffe, es wird auch für dich erträglicher mit uns. Also alles Gute für die Zukunft. Liebe Emanuela, ich gratuliere dir recht herzlich zum 10-jährigen Jubiläum. Es ist super, wie du die letzten 10 Jahre das Festival wirklich zu dem gemacht hast, was es heute ist und bedanke mich bei dir auch, dass du mich und viele andere interessierte Leute irgendwie in das Team geholt hast, dass wir jetzt gemeinsam dafür sorgen können, dass das Festival super funktioniert. Ich hoffe, dass du noch lange unsere Chefin bist, auch wenn du nicht gerne hörst, dass du unsere Chefin bist, aber trotzdem freuen wir uns, dass wir von dir angeleitet werden dürfen. Also alles Gute und noch viele schöne Jahre. Eigentlich geht es ja um das, die Partei, und doch geht es um die Einhorn. Ich habe gerade das noch in Erinnerung, wie du ja fast Ehegritter wärst. Ich muss vielen, vielen Dank sagen. Erstens für die Einladung, zweitens auch für das Vertrauen und drittens für diesen großartigen Wahnsinn, den ihr jetzt hier da machen und den ich höre, habe mit der Lerbe eine wahnsinnige Auswahl an sehr sozialkritischen, sehr unterhaltsamen, ihren tollen Filmen, zu denen ist es nie kein wer. Und das in Fahlberg. Und dafür großes, großes Dankeschön für das Engagement und für die, so es kein Hobby. Dankeschön. Obacht, jetzt gibt es das goldene Einhorn für die Manuela. Für zehn Jahre Top Engagement bei der Alpenale. Vielen Dank, ohne die wäre ich nicht dabei. Es wäre ein fatal für die Alpenale. Darum sind wir ganz froh, dass du da bist und auf die nächsten zehn. Ja, Manuela, alles Gute zum zehnjährigen Jubiläum. Du bist eine ganz tolle Frau, ein großes Vorbild für mich in ganz vielen Sachen. Und ich mag dich furchtbar, furchtbar gern. Und ich hoffe, dass du das noch 40 Jahre weitermachst, weil du bist einfach, ja, du bist eine Bereicherung für uns alle. Danke. Manuela, alles Gute zu zehn Jahren. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich und mein Baby, wir freuen uns total. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für dein nächstes zehn Jahr. Dear Manuela, actually, after 10 years, I think you deserve the Unicorn, right? So, I congratulate you and I hope there will be another 10, maybe even more, depends on you. So, all the best. Take care. And I will keep this one, okay? You don't mind, sure? Okay, ciao. Bye. Hallo Manuela, ich bin ja echt froh, dass es deine vier Jahre, zehn Jahre weiter sind, dass wir noch zusammenarbeiten können jetzt letztes Jahr als Helferin und hier in der Jury. Ich wünsche dir ganz viel Glück für kommendes Jahr und hoffe, dass du da noch länger bei der Alpinale dabei bist. Und danke auch ganz, ganz fest nochmal für deine Unterstützung außerhalb der Alpinale. Ich weiß, wer zehnjähriges Jubiläum hat. Herzlichen Glückwunsch! Mensch, zehn Jahre Festivaldirektorin. Da war ich auch mal und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück für die nächsten zehn Jahre. Ich auch. Liebe Manuela und von mir alles Gute zu zehn fabelhaften Jahren als Obfrau. Du machst es wunderbar und es ist eine Freude mit dir zusammenzuarbeiten. Und darum würde ich sagen, ein goldenes Einhorn für dich und auf noch einmal zehn mal zehn Jahre. Wir sind connected. weil es verabschiedet ist. Dr. Koffertgegenzu wirst du da so konsumierde. Wir sind wieder Communaler, Untertitelung des ZDF, 2020